So, hoi zusammen. Mein Name ist Benji. Ihr kennt mich vielleicht. Es gibt auch einige Leute, die mich nicht kennen. Das ist nicht so schlimm. Ich sende jetzt von Ihnen eine ganz neue Umgebung. Aus einem ganz speziellen Grund, weil ich möchte auch etwas spezielles zeigen. Ich bin nämlich letztens wieder draussen gewesen. Draussen kennt ihr vielleicht einige. Die Städte, wo die Sonne erscheint. Ich als zweite Mensch. Das ist natürlich ein Witz. Auf jeden Fall, ich habe Szenen aufgenommen aus der Umgebung, in der ich lebe. Das ist Appenzial Lending a Place to be. Ihr kennt vielleicht einige. Also Appenzial Lender oder? Und da möchte ich euch einige Szenen nicht vorenthalten. Ich denke, es sind einige gute dabei. Die Aufnahmen habe ich mit einer Alpha 65 aufgenommen und es könnte auch für die vielleicht ein Test sein, wo sich gefragt hätten, sollen wir einen Camcorder oder einen DSLR kaufen, um ein Video aufzunehmen. Das könnte vielleicht für die eine Antwort auch sein. Ja, dann wünsche ich euch viel Spass bei der Szenen. Euch alles Gute, eine gute Woche. Schöne, sonnige Tage, solange sie noch da sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.